Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem YouTube-Kanal. Mein Name ist Philipp Ruhlern, ich bin psychologischer Psychotherapeut, Paar- und Traumatherapeut aus Saarbrücken. Und heute mache ich ein Video zum Thema, wenn Mitgefühl missbraucht wird, die narzisstische Pose des Mitfühlenden. Das ist ein ganz wichtiges Thema, kommt nämlich ganz, ganz häufig vor. Vor kurzem habe ich mal ein Video gemacht zu toxischem Mitgefühl, wie Leute Opfer ihres eigenen Mitgefühlswerden, ihrer Empathie werden. Und heute nähere ich mich dem Thema von der anderen Seite, sondern mit dem Ansatz, wie man Mitgefühl missbrauchen kann. Und das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema, weil ganz oft funktioniert Manipulation, emotionaler Missbrauch über geheucheltes Mitgefühl. Ich werde euch nachher auch in dem Video noch erklären, wie man da ein bisschen darauf Acht geben kann, dass man die Fallen nicht läuft und werde euch jetzt einige Fallgruppen darstellen. Warum haben wir eigentlich so ein Bedürfnis nach Mitgefühl und Empathie? Ganz einfach. Wenn wir aufwachsen, werden wir in der Regel, oder wenn es gut läuft, von zwei liebevoll begleiteten Bezugspersonen begleitet, den Eltern, Mutter und Vater, und beide, wenn sie es gut können, sind empathisch und mitfühlend mit uns. Also es ist ja ganz einfach. Ein Kind fällt auf die Nase, stößt sich das Knie, rammt sich das Knie an, blutet, dann kommt die mitfühlende Mutter, nimmt das Kind in den Arm, tröstet, pustet noch ein bisschen und dann hat sie noch einen Zaubertrick gemacht und plötzlich geht der Schmerz weg. Also das Pusten ist dann Hypnotherapie und der ganze Akt ist ein empathisches Mitgefühl. Und wir alle als Menschen brauchen Empathie und Mitgefühl, weil jeder von uns kommt in Not, jeder von uns hat Seelenzustände, die nicht gut sind. und wenn sich dann jemand empathisch, mitfühlend uns zuwendet, dann gehen wir darauf ab und gehen darauf ein. Und das ist auch so lustig, also ich muss gerade, wenn ich das Video drehe, so schmunzeln, weil ganz viele Menschen fragen mich eigentlich als Therapeut, ist dein Mitgefühl echt? Du behandelst so viele Menschen und du hast mit jedem von uns Mitgefühl und scheinst jeden von uns zu mögen oder ist das einfach nur was? Bist du so ein Mitgefühlsautomat, wo man das Stundenhonorar reinwirft und du wirst dann freundlich? Nein, bin ich natürlich nicht. Mein Mitgefühl in dem Rahmen ist echt. Ich mache zwar eine Profession, wo Mitgefühl und Empathie ein großer Vorteil ist und werde dafür auch entlohnt, aber es gibt ja auch Leute, die denselben Beruf machen und weniger empathisch sind. Also das Mitgefühl im Rahmen einer Psychotherapie ist nicht geheuchelt. Aber die Leute fragen das natürlich auch schon oft, als Patienten meint, der ist ernst mit uns. Und ganz oft ist ja Mitgefühl ein Mittel, um Verbindung zu schaffen und das weiß auch schon die Verkaufspsychologie. Also ein guter Verkäufer ist auch immer jemand, der Mitgefühl für seine Kunden hat und der empathisch mit seinen Kunden umgeht und eine empathische Bindung aufbauen kann. Das ist ein Stück weit auch in Ordnung, wenn erkennbar ist, dass das in einem Geschäftskontakt ist. Wird aber zum Beispiel ein Verkäufer, der Versicherungen kauft, schafft über das Mitgefühl eine emotionale Abhängigkeit, um weitere Verkäufe zu erzielen und nutzt ein Mitgefühl, nur um abzuschließen, dann wird es schon ein bisschen tröger. Natürlich kann man in einem Abschlussgespräch auch höflich sein, schafft man aber eine Bindung, eine emotionale Bindung über Mitgefühl, um Leute auszunutzen, wird es schwierig. Also es ist immer, worin liegt der Zweck des Mitgefühls und wie viel. Ich muss da an ein Beispiel denken, wo ein Kumpel von mir früher, der hat immer so auf ganz mitfühlend gemacht, so dritte Welt interessiert und hat viel so sich den Anstrich des Entwicklungshelfers gegeben, einfach um Frauen zu beeindrucken und die weich zu klopfen und hat dann immer gemacht, er wird sich für die Kinder in der dritten Welt interessieren, hat da so Reisen gemacht, der war da auch ein paar Mal, das hat gestimmt, aber der hat das natürlich auch als Marketing-Gag genutzt, um Frauen zu verführen und hat dann sich die Pose des mitfühlenden Menschen gegeben und das ist ein ganz zentraler Punkt in der Betrachtung von falschem Mitgefühl, das Kenntnis, die Kenntnis über eine narzisstische Pose. Was versteht man unter einer narzisstischen Pose? Eine narzisstische Pose ist eine Haltung, ein Einnehmen einer sozialen Rolle, wo der Kern nicht stimmt. Also ich gebe mich zum Beispiel nach außen als der Held und der unerschrockene Krieger und wenn die erste Situation kommt, wo ich mich verteidigen müsste oder jemand anders verteidigen muss, laufe ich wie ein Hase. Da ist die Position des Held, des edlen Ritter, des Verteidigers nichts mehr als eine Augenwischerei in eine Hülse, weil wenn es ernst wird, laufe ich weg. Und ganz oft gibt es die narzisstische Pose des Mitfühlenden, des Menschlichen, die aber, wenn es wirklich darauf ankommt, kein Nick trägt. Also zum Beispiel der Ausbildungsleiter eines Psycho-Instituts, der nach außen in der Außendarstellung den lieben, mitfühlenden Menschen gibt und nach innen völlig herrisch mit seinen Mitarbeitern umgeht. Oder Menschen, die nach außen so tun, als wären sie wirklich ein Heiliger und innen drin ganz verkommen sind und unmenschlich. Oder der Verkäufer, der ganz menschlich mit dir tut und dann, sobald er den Abschluss hat, sich keinen Kehricht mehr interessiert. Dort ist die Inszenierung des Mitgefühls eine narzisstische Pose, weil sie dient nur dazu, eine soziale Rolle zu zeigen, die vertrauenderweckend ist, die aber nicht mit dem Kern verbunden ist. Und diese narzisstischen Posen macht das halt auch so schwer, weil ganz oft erleben wir das auch in der Kindheit, also gerade Leute, die in der Kindheit oft emotional missbraucht worden sind, die erleben Eltern, die in ihrer emotionalen Zuwendung ganz widersprüchlich sind, die einmal total nett sind und man glaubt denen, dass die nett sind und die dann zwei Tage später dich so beleidigen, beschämen, erniedrigen oder im schlimmsten Fall schlagen oder missbrauchen, dass es wirklich weh tut. Und deshalb sind ganz viele Patienten auch immer so allergisch und gucken immer, ob der Therapeut auch wirklich mitfühlt und ob der das nicht nur für Geld macht. Und wenn ich jetzt hier gerade rede, fällt mir auch noch eine ganz wichtige narzisstische Pose ein, die aber sehr, sehr tückisch ist. Der mitfühlende Erwachsene, der sich um Kinder kümmert, der mitfühlende, was weiß ich nicht, Erwachsene irgendwo in der Kinderbetreuung, ob Frau, ob Mann und der nur freundlich und lieb ist und aufopferungsvoll ist, weil er einen Zugang zu Kindern will und die zu missbrauchen. Das ist jetzt harte Kost, aber das ist als Traumatherapeut kommt das allzu oft vor. Also oft wird in der narzisstischen Pose Mitgefühl simuliert und dargestellt, was nur den einzigen Grund hat, Menschen in Sicherheit zu wiegen, eine Verbindung aufzubauen, und sich angenommen zu fühlen, aber eigentlich danach nur dazu dient, seine eigenen Interessen durchzusetzen. Passiert übrigens auch ganz oft im Dating. Der Mann, der total interessiert ist, der sich total kümmert, der kümmert sich und total empathisch ist und plötzlich, sobald die erste Intimität stattgefunden hat, weg ist und ghostet, da war die Empathie auch nur eine Pose zur Zielerreichung, nämlich mit der Frau intim zu werden und er hat es nicht ernst gemeint. Also diese narzisstischen Posen des Guten, des Interessierten, des Mitfühlen kommen ganz oft vor und sind nichts anderes als ein narzisstisches Täuschungsmanöver und eine emotionale Manipulation. Und jetzt kommen wir zu der wichtigen Frage, wie finde ich denn raus, ob mich einer täuscht? Der erste Schritt ist immer, erliege ich einer emotionalen Täuschung, ist die Frage, was will der Gegenüber von mir? Meint er es mit seinem zur Schau gestellten Mitgefühl ernst oder verfolgt er nur ein Ziel, mir was zu verkaufen? Also jetzt nicht auf jeden Verkäufer losgehen, der nett ist und menschlich ist und man nach der Oma fragt. Natürlich macht der Ranzenverkäufer auch ein paar Späßchen mit Kindern oder so, das gehört ja zum guten Ton. Aber wenn man merkt, dass es wirklich das Mitgefühl zu übertrieben wird, gerade so in der Versicherungsbranche oder manchmal auch bei Coaching-Angeboten, wo so eine Übermenschlichkeit gezeigt wird, die aber nur dazu dient, einen Abschluss zu machen, da würde ich immer gucken. Und ich würde auch Leute prüfen, selbst mit denen ich geschäftliche Verbindungen habe, so eine Pose des Mitfühlens, die falsch ist, also gefaktes Mitgefühl, entdeckt man immer bei den Zeiten, in denen man Leute frustriert. Also desto länger man Menschen frustriert und sie nicht ihre Ziele erreichen lässt und sie trotzdem gleich mitfühlend und menschlich bleiben, da kann man davon ausgehen, dass das Mitgefühl echt ist. Also es ist immer die Frage, wenn ich wirklich die narzisstische Pose des Mitfühlenden aufdecken will, muss ich eigentlich zwei Handlungen durchführen. Ich muss mich erst fragen, was will der von mir, was ist der Kontext und wenn mir klar ist, welches Ziel der mit mir verfolgt, muss ich gucken, wenn ich in der Verbindung erwarte, dass er mitfühlend für mich ist, wie oft hält er Frustrationen aus und bleibt trotzdem mitfühlen. Also gefaktes Mitgefühl, gefaktes Interesse entdeckt man immer, indem man sich fragt, was will der Gegenüber und ihn über lange Zeit frustriert oder ihn nicht sein Ziel erreichen lässt und dann sieht man, wie ernst Menschen es meinen. Ganz wichtiges Video, weil ganz oft wird man über Mitgefühl enttäuscht und ganz viele von euch, die schon emotionalen Missbrauch in der Kindheit über falsch oder geheucheltes Mitgefühl erlebt haben, sind da sehr allergisch drauf, suchen sich nach stabilen Bindungen. Deshalb immer gucken, wenn so gefühlig wird, ist das Mitgefühl ernst gemeint, prüft über die Zeit, um euch zu schützen, um nicht mehr die gleichen Enttäuschungen wie in der Kindheit zu erleben. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen. Wenn ihr mit mir arbeiten wollt, kommt gerne auf meine Aufstellungsseminare. Wenn ihr von mir lernen wollt und diese ganzen Dynamiken verstehen wollt, dann kommt gerne zu meinen Weiterbildungen in Systemaufstellungen. Dieses Jahr im September läuft einer an, nächstes Jahr im September wird einer anlaufen. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Abonniert meinen Kanal und gern bis zum nächsten Video. Tschüss. Tschüss.